Was machen wir denn, wenn wir stecken bleiben? Dann nehmen wir halt die Treppe. Heißt das bei euch eigentlich Aufzug oder Fahrstuhl? Ähm... Lift? Irgendwie zieht's hier heute drin. Dafür riecht's heute nicht. Du, ich glaub der kam heute schneller. Klar, Donnerstag. Du, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Hm? Schönen Aufzug habt ihr hier. Das höre ich öfter. John Lennon ist ja in einem Aufzug gestorben. Der ist doch erschossen worden. Ja, aber nicht in einem Aufzug. Du, Sascha, was braucht man eigentlich für so eine Irokesen-Frisur? Gel und keine Angst davor auszusehen wie ein Depp im richtigen Mischungsverhältnis. Ja, Sascha, ähm, ich drück da mal, oder? Ist okay, wenn ich sitzen bleibe? Du, Richard? Mhm? Was erwartet uns jetzt da oben? Die dritte Etage? Du, Sandra? Ja. Ich, Sandra. Du, Richard. Hm? Kaffee? Danke. Danke. Wenn ich Kaffee trinke, kann ich nicht schlafen. Bei mir ist umgekehrt. Ich, wie ich gar nicht, ver equilibriere mich. Ich kümmere mich. Genere mich, was ich bescheiden hätte. Finale. Oh. Finale. Finale! Oh, 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 oh. Bis zum nächsten Mal.